so level für 15 twisted night board ist das aber nicht das ultra mega schwere level oder das kann erst nach der u-bank ja doch jetzt kommt auch nein was unmöglich ist ach nee halt wir dürfen nur nicht diesen ein panzer aktivieren das war ja weil das level wo jetzt wieder ein panzer kommen die und dann durch die stadt jagen aber die kann man glaube nur wenn wir selber auch in das panzer sich bitte reingehen wir müssen uns verdenken da nicht reinzugehen dann sollte alles im buddha sein hat er wie einfach mit licht einfach genauso flüssig für unterlicht das ist so geil alter ich liebe geht es ja du wäre so ein 3.7 ich meine ich liebe geht es ja dumm allgemein also keine frage aber 3.6 oder alle alle vor 3.7 hat halt diesen ein bug der es halt unlieblich her gemacht hat und jetzt ist es wirklich in voll züge zum explodieren hallo ich hab ich hab' ich hab' nicht gespeichert Okay, die ersten paar Buster können wir gleich hier hinten. Ich renne einfach mal rüber. Ich hab den Fenster kaputt gemacht, das einzige schon an dem Haus. Oh, bauen wir alles nicht? Ein Computer! Hä, das ist eine leegende Stereoanlage. Das hier ist ein Kassettendeck. Und das da ist ein weiß nicht was das anstecken soll. Warum sieht man da eine Platine durch? Was ist das für ein Rechner? Ist das mein Computer, wo man alles sieht? Fun Fact, bei meinem Rechner. Den lasse ich immer selten ohne Seitenkabel betreiben. Da fehlen bei allen... Ich putze die wieder. Ähm, ich hab ja... genau. Ich hab ja hier zwei Rechner zu stehen. Und die haben beide jeweils eine Seitenklappe hinter jeweils. Ja, ist halt so. Ich hab die auch noch aufgehoben. Die sind halt einfach so gestrahlt. Weil ich da halt auf das mal ran muss. Und ich hab jedes Mal da... Man, warum immer der Grün... äh, der Blaue? Ist doch schon wieder dieser scheiß Plasma-Bastard. Alter, ich... äh... Was? Was ist passiert? Ich war... äh... ich war das nicht, Leute. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Ich wollte nur kurz pissen gehen, ja? Aber da hatte ich so eine Verstopfung, da hab ich gleich direkt die gesamte Schüssel gesprengt. Okay, ich rette dich. Unter einer Bedingung... Ich hab erstmal das hier anmachen. Hahaha... 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 Ich will dich nie! Hahaha... Alter, das wird man mal den Rechten machen, halt bitte. Das ist sowas für mies. Oder ist das? Das hat er schon fast Züge von Wasserboarding. Hahaha... Hahaha... Erwege mal den Speicher... Okay, also ich rette dich jetzt. Aber wenn du mir einmal Schaden zufübst, ja... Dann lass ich neu an dem Punkt hier, und dann würde ich nicht mehr, aber ich darf noch was sagen. Haben wir es verstanden? wenn du ja halt dafür okay ja kein wachter okay gut verstanden sehr schön mag ist hier ich habe dich gemacht die ersten die ersten anzeichen einer absoluten verstehung hinter dem sound da wollen wir ein paar leder und noch mal aus das wird nichts mehr nach der trance naja kommt ja er ist bei mich unbedingt gestorben manche war wollte ich hatte gedrückt haben oder okay doch bei dem wollen wir die lehrter durch die karte dazu schon ich hätte für mein leben verknackt hier habe ich immer wieder hier lang und er geht trotzdem nicht hier so kannst du aktiv werden hier, oder was? Guck mal, sind Feinde! Dankeschön! Hey, hallo? Achso, er hat die Brett erledigt. Nice! What? Oh, von wo denn? Ach da! Du, bitte, aufpassen! Ach, schieß doch! Der ist genau vor dir! Alter, da renne ich mir vor die Karre! Na, komm! Komm, komm! Jawohl, geht doch! Alter, Junge! Ja, guck mal nicht so! Arschloch! Okay? Da bewegen wir uns noch mal ganz vorsichtig um die Häuser! Das Level sind doch nicht wieder so ultra lang, vor allem, weil wir jetzt noch vorsichtiger sein müssen, als wir so schon sein mussten! Das ist so eine Katastrophe! Die ziehen erstmal so durch die Häuser! Ne? Erstmal gucken, was wir so alles erledigen wollen! Äh, wieso ist hier offen? Ah, wieso ist hier offen? Wow! 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 Junge, das ist dein Part! Greif an! Wenn... Hier war es so nutzvoll! Wie eine nasse Klopapierrolle! Ah, obliegt ja noch! Okay, wo ist denn jetzt? Was? Hä? Warum arbeite ich mit dem Plasma-Fan denn noch mit Modem? Ich lache jetzt hier. Hält dem Kopf nicht aus hier. 56k und da wundert sich jeder, warum er keine HD gucken kann. Okay, haben wir mal eins gesichert, gesichert erstmal die inneren Häuser, dann die äußeren. Das macht wahrscheinlich Sinn. Oh, das kommt was nächstes. Was denn? Ach, scheiße, das ist ja. Oh Gott, vielleicht sollten wir doch erst die äußeren. Wir müssen einfach alle... Oh Gott. Ach nö. Ach nein. Alter, ihr kommt jetzt gleich überall, ihr welche. Ihr seid doch bescheuert, seid ihr doch, Alter. Was kommt denn da? Ich hab's nicht bestellt. Ich hab nichts bestellt. Lass mich in Ruhe. Nein. Ich kaufe nichts. Dahinter Waschmaschinen sind sowieso immer defekt. Wann ehrlichste sich die mit dem Ding hier erledigen? Aber das Problem ist, kriegt ja nichts. Ah, gut. Weißt du was? Hier, komm. Praktische Loch. Alter Junge. Oh oh. Ich höre etwas, was mir offen gesagt nicht gefällt. Oh Gott. So ein scheiß Archweil. Der hat mir noch gefehlt. Ich schieße einfach Paraket hier rein. Komm, ganz ehrlich. Hintermied ist grad frei. Was? Oh, voll ein Dach, Alter. Wollt ihr mich? Wollt ihr mich? Oh, voll ein Dach, Alter. Eklopi hakt's ja! Alter! Von wo? Von da. Ja ja, von da, schon klar. Hier sterben. Kommt da mal mit raus? Mann, ne, ich hab keine... Alter, Mann. Mann, soll, hier, mach mal. Was war denn jetzt hier? Wo ist denn der Hälfte? Oh Mann, Alter, ich hab... Nein, 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 nein! Nein, du machst jetzt das da? Oh, der ist Rinder! Ich krieg... Ich bin 5,8! 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 Ich bin 6,8! Ich bin 5,8! Ich bin 5,8! Ich bin 6,8! Ich bin 6,8! Ich bin 6,8! Ich bin 6,8! Oh, ich bin 6,8! Kann das sein? Kann ich hier noch was verstecken? Ah! Da ist halt wieder diese Panzer, äh, die Panzer-Digester bei uns da. Die Panzer-Digester sind ungefährlich. Was ist sicher wie in der Stitt aus? O, einen Punkt mit dem Schrauben auf sich stammt? Wenn Sie da gehen, dann werde ich hinter. Die Panzer-Digester blühe. das ist ja wahrscheinlich die meisten schlaf rauben meine probleme sind die ganzen aufgeräten deswegen versuch geschossen die mehr viel früher schießen müssen das problem halt nur wenn ich da hinten wenn ich renne kann ich nicht schießen dabei was ok ok Alter. Was wird sie denn jetzt so? Da sind sie nicht reingegangen. Och Mann ey, das ist doch Bullshit. Ja, war schon klar. Ja. 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 Ich höre noch einen. Ja. 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 Ich hab' keinen Scheiß. Mach' der Scheiß, der nur bist du? oha darf den kann gefährlich werden das war durch die scheiß waffen nicht sieht ob die jetzt schießen und wenn ja auch jetzt Noch einer. Und schlussendlich kann es vielleicht hier gar nichts mehr. Achso, scheiße, jetzt noch ein Archwell-Nautroller. Ich muss also definitiv vorsichtig sein. Hier ist er nicht. Dann geht man davon aus, dass er jetzt hier drin ist. Das ist der Kack-Arschwein. Ja, sieht schon lecker aus. Habt ihr euch schon recht? Wow. Ach, weil ich die Lehrtaste noch gezübt hatte. Deswegen hat er gleich diese Nutzanimation gemacht. Und die inspectieren halt. Meditieren. Jetzt noch ein bisschen. Dankeschön. Okay. Du auch mal. So, das was hätten wir damit schon mal. Wir haben den blauen Schüssel. Damit können wir jetzt... Was? Gut, Leute. Ähm... Was ich euch noch sagen wollte... Äh... Das spiel der Scheiße. Guck mal, wie er da steht. Guck mal, wie er da steht und sich freut. Ja, gut. Das spiel, wenn wir zu keinem sinnvollen Ende bekommen. Ich dachte, wir hätten die Panzer jetzt nicht aktiviert. Aber haben wir scheinbar doch. In dem Sinne würde ich mal sagen... Ähm... Episode sind wir gerade... Achso, ist ja E-Day. E-Day 16. Guck mal, ob hier mit Munition rumliegt. Ne, ne? Haben wir gerade schon geguckt. Ich suche noch mal schnell Munition. Und dann habe ich auch von hier ab. Also, ich habe schon mal keine Munition. Ja, komm, ich habe noch mal verkehrt. Den kann ich doch nie... Ah, dachte ich doch. Ja, komm, nee. Scheiße Munition. Scheiße auf Kack. So. Ist mir hier. Ne, sorry, aber ne. Ich hatte gehofft, dass wir selber unseren Panzer nicht holen, dass dann auch die anderen Panzer nicht aktiviert werden. Und was auch immer das jetzt gerade für ein Ding war. Keine Ahnung, was das war. Jetzt hat er so aus wie so ein mutierter... Ähm... Hier, er sagt schon. Ähm... Mancubus... Äh... Kann auch davon sein, dass er von immer 1 in der City war. Auf jeden Fall spricht er nicht. Habt ihr gesehen. Einmal und die Dinger sind super agil. Also, heh. Von daher. Level 15... Wird denn wohl ein abgebrochenes Level bleiben? Für immer. Schauen wir mal, bei dem Lichtlevel kommt es nicht auch wieder so eine Viecher, aber glaube nicht. Da kamen nur Cyberdemon und Spider Master, also normale Gegner. Zwar extrem starke Gegner, aber normale Gegner. Und nicht so eine Hit-Warner, die einfach... Also, naja, egal. Schauen wir mal.